Pass auf, der erste krieg wir ja den Ultra-Headshot. Das ist graus. Der kommt nämlich auf den Spot, weil er behindert ist. Ach so, das ist eins. Okay. Jetzt wer... Oh, wir haben schon wieder einen Clan am Start. Okay. Fucking noob Clan. Nice, man. You did up your USPS. Ich weiß. Hallo, Gegnerlein. Don't... G-L-H-F. Immerhin hat er einer die Waffe weggemacht. Das ist ja schon mal Eppes. IMP, Castiel und Naitor. Hm, das sind die Gude. Das sind die Gude U-Klebers da. Ich schmeiß mal direkt den Nade on-Spot. Oh, einer kam schon raus. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Links. Ich kann das machen. Ich kann den Muten mehr. Shit. Fuck, Alter, der kam ja... Die gehen nicht auf den Plan, die gehen einfach raus. 31 hab ich ihm gegeben. Shit, ey. Also, wenn sie nicht direkt da unten lang kommen, dann komme ich's... Unten. Oh Gott, der hat schon einen AK-Start. Shit. Schade. Wahrscheinlich sind wir doch jetzt endlich mal in einem Bereich, wo die Gegner wirklich etwas anspruchsvoller sind. Auch wenn sie Kack-Ränge haben. Aber sie kommen jetzt zumindest ein bisschen schwieriger vor als sonst. On-Spot direkt. Nice. Ich komme auch dazu. Warum haben die jetzt nicht upgradet, hä? Warte mal, wann haben wir gewonnen? Achso, die hat die gerade eh mal gewonnen. Das war doch jetzt in ihrer dritte Runde und die haben... Achso, die haben voll in AKs geholt, ja. Dumm für die, Hanna. Dumm für die. Oh, oh. Meiner ging so ein bisschen in den Arsch. Unten kommt wieder was. Unten ist er immer noch. Ich smoke den mal und komme zu dir. Sehr schön. Da bleib ich außen. Er ist oben. Ah, nein. 26. Alter, krass. What the fuck? Ich habe einen Step beim Loch gehört. What? Ich habe irgendwie einen Step beim Loch gehört. Scheiße, Mann. Ich komme jetzt direkt mit rein. Ich hoffe einfach so, dass die direkt auf den Spot kommen. Shit, hier ist keiner. Doch. Ja. Ah. Nice. Wo war denn der? Aufschaut. Ich hatte kurz Felsen mir in den Rücken geschossen. Ich habe nur dich schießen gehört. Dann bin ich staube. Kannst du mir dupen, please? Dann könnte ich nämlich die Grenadchen kaufen. Planted. Er hat nur angefakt. Ich lasse dir Nate vorrollen. What the fuck? Spot ist komplett clear. Auf einmal. Guckst du kurz außen? Okay. Ich bin da unten. Er ist hinterm Spot. Ich gehe raus. Er ist am Hochgehen. Oh, was? Er hat fast Half-HP. Also weniger als Half-HP. Ich habe 59 gegeben. Besser mit dem Auto. So. Oh, oh. Nice, Alter. Nice. Richtig sick. Ey, ich habe einfach wieder dieses Pech. Weißt du, ich kille einen on-Spot. Und denke mir dann, okay, ich habe zwei Wege. Gehe ich jetzt schon oder gehe ich raus? Aber draußen wird nichts sein. Bumm. Da steht der Letzte. Unlucky. Unten ist einer. Also, schäle die Fresspolierter von mir. Die letzte Runde müssen wir auch noch holen. Dass es nicht so hart wird bei Tee. Ich nenne jetzt direkt unter. Ich gehe sowas von auf Verdacht, dass da einer kommt. Oh, oh. Die haben mich hier draußen geflasht. Vorm Spot hüpft einer rum. Ist down. Ich komme zu dir. Ich komme zu dir. Unspot war gerade nichts. Oh, hinter mir. Der ist direkt hier. Alter. What the fuck? Ich habe den nicht gesehen von dem Winkel aus. Ich dachte echt, ich laufe in die 100%ige Sicherheit. Ich bin einfach aus deiner Arme gelaufen. Oh, mein Gott. Mach mich sowas. Fuchs, da ist es wild, wenn du dich in der Versteckte. Okay. Pass auf, der erste kriege wir ja den Ultra-Headshot. Das ist ganz. Der kommt nämlich auf den Spot, weil er behindert ist. Haha. Blomken kannst du hier planten. Genau. Ich lasse mich lieber nicht von ihm anschießen. Er ist on-spot. Direkt bei der Bombe. Hm. Reiz. Der Burst-Feuer ist halt schon was Tolles, ne? Und ich glaube sogar, dass die nochmal reinkommen sofort. Also der eine. Halt mit Nate oder so. Aber ich glaube, ich sitze aggressiv. Das ist die Ultra-Taktik. Ich smoke den langen Gang und renne einfach durch mit dem Xen. Boah, du bist so fies. Ich molle hier irgendwo. Keine Ahnung. Da ist es hier nicht. Wahrscheinlich sind die beide auf Short oder On-Spot. Können auch beide On-Spot gegangen sein. Ich gehe auf den Plant. Die müssen shorter Gang sein. Ich komme langer Gang. Hinterrück gerannt. Oh Gott, ich sehe nichts mehr. Ah ja, läuft. Oh, die Diffusen. Eine Rampe, eine Diffus. Nein, nein, nein. Oh, du kleine Dreckig- Oh, Alter, 63. Aber er ist auch nicht näher gekommen. Es war ein saudummer Fehler von mir, einfach jetzt diesen Run zu machen. Aber auf jeden Fall der Taktik auch, dass die sich einfach ultra verschillen. Und dann trotz- Also hier kamen wir sofort von unten, höchstwahrscheinlich. Nein, nein, nein. Noch 8 HP. Nice, sehr schön. Ich habe der andere ist langer Gang. Oh, sorry. Komplett falsch angesagt. Pass auf, außen ist einer in 3-2-1. Hallo? Alter, außen ist keiner. Sind die Bichini? Beim Auto. Hat ein Shot. Shot, kommt einer. Oh mein Gott. Fuck, ja, Low HP. 38 hat er gefuttert. Oh Gott. Ey, der ist aber noch gesteppt, oder? Als du den eingekillt hast, ist er noch irgendwo outside gesteppt. Alter, das... Die spielen richtig... Also, dass der da chillt, das habe ich das begreifigt gerade nur. Holy shit. Der muss sofort, als du auf seine Maid angefangen hast, zu schießen, ist er direkt von außen losgegangen und ist hier hinter den Spot gegangen. Einer ist right side on spot. Er killt mich, oh mein Gott. Ja, weg ist er. Und der Diner hockt jetzt wieder im Spawn oder irgendwo absolut weird. Bestimmt im langen Gang. Nice! Oh, Bär, richtig edel. Sack, wichtig. Ich brauche gleich ein Dürrperino, die next round. Sollen wir jetzt vielleicht nochmal langsam machen oder nochmal direkt drauf? Geh kurz outside die Rampe und renn sogar zurück, wenn ich bin, ich erwisch gleich. Dann picke ich oben kurz, ich lege die Bombe hier in den Treppenraum. Okay, ich bin sehr schön. Ich smoke on spot. Geh kurz hier außen entlang, guck, ob er da irgendwo ist. Ich denke, er ist am langen Gang. Ich molle ihn und komme direkt on spot. Okay, meine Smoke ist ganz behindert. Den müssen wir aussitzen und dann zusammen killen. Alter, mein Name. Ich wäre jetzt da hingegangen, um zu planten, ne? Der hätte mich voll genudelt. Er war einfach hier rumgestanden. Wie so ein Fickle. His name is Figgaz. Hey, more Foggle. Hey, more Foggle. Ich gehe jetzt mal direkt wieder out side oben. Es gibt so ein dickes Can I join EMP-Clone? Can I join fucking Noob-Clone? Bounce, Bounce. Cnp. Spideons, mit einer Rampe. Ich glaube, der kommt sogar Rampe runter. Bounce, das Alter. Nice. Und dann rück. Pass auf, Alter. Boom, boom, boom. Alter, Valerio. G-G-Wip-Wip. So, jetzt haben wir auch mal intuitiv gearbeitet. Can we join Klan-Plitz? Das wäre so ganz so eine Schick.